Wir machen nun eine Übung für den Bizeps, also Armbeuge. Stell dich bitte dazu hüft- bis schulterbreit auf das Gummiband, greif durch die Griffe, deine Handinnenfläche zeigt nach oben und dann Ellbogen beugen, Ellbogen wieder strecken, zieh das Gummiband nach oben. Wenn dir die Übung zu leicht ist, greif einfach um, sodass du das Gummiband etwas strammer machst, fixier deine Ellbogen vor dem Bauch, am Bauch dran, dein Oberkörper ist ganz leicht nach vorne geneigt, Bauch ist auf Spannung, Blick nach vorne, beim Hochziehen ausatmen, beim Tiefgehen wieder einatmen, konzentrier dich, damit die Bewegung nur im Ellbogengelenk stattfindet, Achte darauf, dass dein Rücken gerade bleibt, dass du aufrecht, dass du an die aufrechte Körperhaltung denkst, die Handgelenke bleiben gerade und machen keinen Knicks. Mit dieser Übung trainierst du die Oberarme vor der Seite, also Armbeuger, und diese Übung hilft dir, damit du im Alltag besser eine Kiste zum Beispiel anheben kannst. Und dann wird das Gummiband nach oben geöffnet. Vielen Dank.